Hallo zusammen, ich grüße euch. Schön, dass Sie wieder da sind. Heute zeige ich euch, wie Sie mit Kim einige Effekte so benutzen könnten. Wir öffnen zunächst ein neues Bild und dann kann ich euch einfach zeigen. Also eben öffnen wir das neue Bild und dann geht es einfach los. Also das Bild ist schon da und auf unserem Filter haben wir die Möglichkeit, einfach die Effekte zu benutzen, wie wir einfach haben wollen. Sie sehen schon, wir haben sehr feste Modelle einfach hier. Wir können zum Beispiel in Karton so machen. Sie sehen das Ergebnis hier und Sie können einfach hier die Werte ändern, wie Sie wollen. Zum Beispiel Schwarz Anteil können Sie zum Beispiel ändern, nochmal ein bisschen weniger machen oder ein bisschen mehr machen. Sie sehen schon, was es gibt. Und immer wieder, wenn Sie die Sachen ändern, dann können Sie da oben einfach die EBSP. Und wenn Sie fertig sind, dann drücken Sie auf OK und sofort wird das als Karton einfach gemacht. Und Sie sehen schon das Ergebnis hier und es wird einfach sehr, sehr schön. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, einige Sachen hier die Farbe zu ändern, wie Sie wollen. und Sie sehen uns in der nächsten Video in der nächsten Video. Und dann sehen Sie sich einfach einfach in den König.